Was heißt da vorne? Rechts von uns. Verfiss dich von mir. Ah! Nicht mich! Ja, Marvin! Nein! Nein! Nein, nicht da hoch! Ich bin da hochgeglänzt, was war's? Bonsua, muchachos! Herzlich willkommen zu einer weiteren Challenge! Und zwar haben wir heute... Zocken wir heute Condemned! Zusammen mit Mabossa und Igno! Hallihallo! Oh, gruselig! Servus! Komplett blind sollten wir das, by the way. Jemand wird jetzt markiert und der muss eine von... Ich wurde verflucht! Okay, Mabossa wurde verflucht. Mabossa muss ungedacht werden. Da hinten läuft Igno. Warum sieht man euch noch manchmal? Vielleicht nur, wenn der Blitz einschlägt oder so? Lol, warum hab ich diese scheiß Einzelschusspistole? Please, will ich ab! Hier ist er, Igno! Jaaaa! Please! Rett schon, bitch! Rett schon! Was hab ich denn mit den Waffen? Achso, ich hab ja ganz coole Waffen eigentlich. Hallo, hier hoch! Lol, ich hab nur diese scheiß Einzelschusspistole. Wie sollst du coole Waffen? Na na na... Will mit mir, oh ma, ma, mau, ma, mau! Wow! Hä?! Hä?! Hauptein, ich knall nicht... Hä? Seht ihr mich gar nicht, oder wie?! Wir sehn. Nein, wir sehen dich nicht. Ach soooo, okay! Also, ich sehe niemanden auf der Stimme. Werden wir dir angezeigt, oder was? Ja. Hä? Wollt ihr mich verarmen? Was habt ihr denn für Waffen? Ich schieße euch die ganze Zeit ab, warte. Ich nehme die jetzt auch mal. Ich habe nur diese Einzelschusspistole. Die nehme ich jetzt auch, das reicht mir. Ja, da muss dann auch ein Headshot mit treffen, ne? Okay, deine HP laufen da unten ab und wenn das ganz weg ist, dann hast du verkeckt, oder was? Ja. Ja. Wo ist Marvin jetzt? Ich glaube, ich habe ihn gerade auf der Straße laufen sehen. Ah! Neben mir! Ah! Leute, man kann ja kaputt sein! Ja! Digga wurde verflucht! Bin weg! Please! Leute, ich bin jetzt auch verflucht? Ich habe keine Muni mehr. Ah! Wo? Wo, Baby? Ich hätte vielleicht nicht sagen sollen, dass es keine Muni mehr hat. Äh. Wo? Sind jetzt eigentlich mal Bosser und ich auch noch Feinde? Ja. Aber ich bin auch verflucht. Hey, du hast jetzt meinen Fluch! LOL! Aua! Was? Yeah! Please! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Ich klicke so auf die Mütze hier! Jetzt bin ich wieder mit Igno im Team! Ihr probiert einen Philips hier! Ich kn knüpfele N segunda mit Igno. Ich bin ca. Taheea! Ich bin verschlossen! Nein! Nein! Puh! Wer sa selected! Ja! Wie? Ja! Ey! Ey das kann doch nicht, dass du mich schlag ... Ey! Wuerp weg! Er rollt sich! und schlägt Insta zu, Alter. Anders ging's nicht, ich hab daneben geschossen. Ja, ich auch. Und jetzt gehen wir auf Edno! Warum immer auf mich? Echt wahr? Beim Gehen hab ich deinen Kopf gesehen. Ja, ich hatte keine Hoodie mehr, ne? Wo ist er? Nico, willst du zusammenlaufen? Achso, das ist... Ne? Achso, doch. Hä? Ne, warte mal. Wir waren nicht gerade bei mir. Ich? Wo ist er? Auf mich wurde geschossen. Ja, auf mich auch. Keine Ahnung, wo. Irgendwo von hier hinten. Ja? Er ist hier hinten. Nein! Woher hast du ne Pappkant oder was? Ich bin weg. Please. Oh Mann. Oh Mann. Also ich verstehe das System noch nicht so ganz, wieso... Guck mal, wenn ihr mich jetzt erwischt habt, hab ich Insta verloren. Weil ich ja noch zwei Leben habe oder so. So hätte ich nicht sagen sollen. Oh Mann. Ja, tut's doch mal Arsch. Wo ist er? Ah! Ah! Hilfe! Ehrlich? Der Verfluchte schreit um Hilfe. Nein! Juhu! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Nein! Ja, du hast angefangen mich zu schießen. Ich wollte eigentlich zu Marvin. Wo ist er? Was soll ich machen? Ich muss nicht ganz weg. Oh oh. Ah! Ja! Ah! Lol! Ja! Wie schaffst du das so schnell nachzuladen? Da scheiß ich glaube du hast eine andere Waffe. Spackern! Lol. Toll! Nein! Wo versteckt Marvin sich schon wieder? Marvin ist so ein richtiger Feigling, Alter. Der versteckt sich irgendwo. Hallo! Das Witzige ist, ich sehe ihn auch nicht. Stopp da jetzt. Okay, das war's. Hilfe! Lol! Dico ist ausgeschehen! Wir haben gepumptet! Warte, jetzt bin ich verflucht! Ne! Was? Ich weiß nicht, was passiert ist gerade. Äh... Die Zeit ist abgelaufen. HP verloren, so hat es abgelaufen oder so. Hä? Oh, Igno hat ein Punkt. Also ich habe keinen Timer gesehen. Dear God, fünf Kills gemacht. Krass. Ich habe verloren, ey. Aber ich habe trotzdem verloren. Ja, du warst zu lange eben der Verfluchte. Ich bin gerade erst verflucht worden von Igno. Hallo, das ist doch kumuliert. Wenn du das verlierst, dann bleibt das verloren. Kumul... Kumul... Lol. Auch fresh, wenn du solche Regeln kennst, wenn man sie mitteilt. Hä? Das war doch selbsterklärend unten. Nein. Für mich ist da was weggegangen, wenn du gekillt wurdest. Achso, ne. Bei mir ist das die ganze Zeit so weggegangen. Okay, wer ist verflucht? Igno. Igno. Oh yeah. Los, äh, Igno zusammenhalten. Wo, wo sind sie? Hallo? Halt die Schnauze. Du teilst die Regeln nicht mit mir. Du kannst mal einen runterholen, ey. Nein. 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 Bole. Ich wollte dich platt machen, please. Hat nicht funktioniert. Ja, der Verfluchte ist unterwegs. Hallo. Oh. Oh. Achso, Igno ist das bei mir. Äh, ja. Hier bei mir ist er beim Feld. Mit einer scheiß Pottkant. Ah. Komm her. Tönt sie es. Tönt sie es. Ah. Ah. Oh, kräftig. Stirb doch. Was? Ah. Was? Ja. Ich schlag dich die ganze Zeit durch. Und nichts passiert. Alter, ich hab nur ein Messer. Ich hab immer noch nur ein Messer. Hey. Was ist da los? Alter, ich hab nur ein Messer. Hallo? Digga, wie lange dauert das denn? Drei Schüsse. Oh, schon Treffen. Ich hab die ganze Zeit auf deinen Körper gezielt. So, bin weg. Ah. Achso, jetzt sind wir gegen Igno oder was? Ja. Nein. Ich komm mal zu Deko. Wo ist Deko? Dann sag ich nicht. Hallo? Hallo? Willst du zusammenhalten? Ja. Aber Igno hört auch mit, du Lappen. Echt? Und ich hab immer noch keine Munition. Ist das... Ist das Deko gewesen? Ah, davon läuft das. Wo ist er? Wo ist er? Ihr seht euch? Nein. Da hinten bei den weißen Zelten ist was. Ich weiß aber, ob du das bist oder er. Wow! Hilfe, Deko! Hilfe! Habe ich noch mal da! Ich war gerade auf... Ich war gerade auf dem Weg von hinten und wollte ihn abstechen. Aha. Aber ich war zu langsam. Und ich hatte keine Munition mehr. Ich konnte nichts anderes erfahren als laufen. Alter, ich hab echt... Ich hab nur ein scheiß Messer, Mann! Das ist so unfair. Das Messer ist aber auch geil. Also... Hä? Hat Selbstmord begangen? Hä? Das glaube ich jetzt gerade nicht. Igno, Igno. Los zusammen, Deko! Igno, beginn Selbstmord! Komm! Ich glaube, der war außerhalb der Linie hier. Deswegen. Außerhalb des Bereichs. Ich war doch wieder drin. Hä? Oder war ich nicht? Ich hab keine Ahnung. Egal. Hallo? Hallo? Zusammenbleiben! Ah! Da ist er! Mal ihn fertig! Ah! Endlich mal Deko! Endlich mal Deko! Nein! Okay, Igno. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Ja, bitte. Komm! Äh... Wo? Da hinten ist er! Ich liebe diese Aussage mit da hinten! Wo ist er da hinten? Nein! Au! Ja! Noll! Ah, danke! Please, Alter! Sehr schön! Wieder zusammenbleiben! Oh! Hallo? Ich komm mit! Ich komm mit! Oh! Ist er da? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Was siehst du denn für Gespenster? Ich hab keine Ahnung. Wo ist er denn hin, Alter? Wo ist denn Deko? Schleichenden Trolle, Alter. Da drüben bei den Containern. Bei den Containern? Rechts, rechts von dem Container, auf der Straße. Auch da! Oh! Oh! Da ist er ja schon! Ja! 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 Alter, wie schnell der Blödsinn fortfährt! Hu! Alter, aber ich hab so viel Zeit gebraucht, Alter! Okay! Wo ist der Lachsfisch? Ich weiß nicht! Ich komm wieder zu dir! Oh! Er schieß auf mich! Oh! Er ist weg! Wer ist der verflucht jetzt? Deko ist verflucht! Bin weg! Oh! Bin weg! Nein! Hilfe! Ey, wie er nur wegläuft, Alter! Ja! Ey, das kann nicht! Ja! Immer dieser Nahkampf! Fick! Mann! Ich hab's noch nicht geschafft, mich einmal irgendwie von euch im Nahkampf zu schlagen, weil ich krieg immer auf die Schnauze! Oh, Mann! Das war auch meine letzte Chance! Ist vorbei bei mir! Wo bist du? Hallo, bewegt dich! Ja, da ist er! Ausgeschieden! Ausgeschieden! Okay! Ein Punkt! Für mich! Puh! Das ist echt, echt böse! Ich hab gehört, ich gewinn jetzt! Aber viel Kills hab ich mir auch verdient! Wirklich! Deko hat meine Stuts übernommen von der letzten Runde! Obwohl er jetzt weiß, wie das Spiel funktioniert! Ja, aber ich fand's... Ah, ich weiß nicht! Aber wenn man sich zusammentut, ist es auch noch viel krasser! Wollen wir ohne Team-Play machen, oder? Ah, eigentlich! Wir wollen, wir wollen! Also... Im Endeffekt ist es ja auch noch der Gegner, ne? Da muss man ja noch dazu sein! Ja, die will ich auch! Deko ist verflucht! Hallo, hallo, hallo! Ist das Deko? Du hast noch nie Glück dabei, der verflucht zu sein, ne? Digga, du bist viel zu schnell! Hilfe! Iglu! Ich hab dich einmal getroffen und du schreist schon rum, Alter! Warum ruchst du nach mir? Ja! Alter, der war auch nice geschossen! In der ersten Runde wurde ich so hardcore wegrasiert! Ja! Wieder beim Container? Ja! Ich seh diese Kack... ...durch diese Kacklampe nix! Oh! Oh, endlich hab ich auch mal einen Schuss getroffen, Alter! Wie ich mich dahinter versteckt hab und irgendwo fällt einfach um wie so ne Kegel! Oh! Nach hinten schauen! Oh! Oh, ich hab schon die Hälfte von meiner Zeit verloren, ne? Mit einmal... ...verflug gewesen sein! Ja, das geht echt schnell! Da ist er! Hau ihn weg! Aua! Oh! Hab ihn! Nein! Ich hab ihn auch grad abgelenkt! Huh! Sehr schön! Oh! Kann ich dich eigentlich platt machen? Komm her! Ne, kann ich nicht! Oh, da vorne ist er! Was heißt da vorne? Rechts von uns! Verfiss dich von mir! Ah! Nicht mich! Ja, Marvin! Nein! Nein! Nicht da hoch! Ich bin da hochgeklettert! Warum? Oh! Oh man, oh man! Alter, das ist so hairy, ey! Hairy? Oh oh! Ah! Hättest du nicht einen Schritt weiter gehen können? Ah! Lauf! Lass doch laufen! Ja! Ich hab mich daneben geschossen die ganze Zeit! Oh! Alter, ich hab mal... Alter, man heilt sich ja nicht mal! Nein! Natürlich nicht! Ich hab noch ein Viertel von meinem HP! Okay, Igno, du sollst dann auf Deko gehen, ne? Nein! Einfacher! Auf mich! Loll! Auf mich wieder! Loll! Nein! Nein! Meine Fresse! Nein! Ich will weg! Deko, kommst nicht hierher! Loll! Deko der Lappen! Dich hol ich mir! Nein! Jetzt bist du fällig! Hol dir Igno! Ne, ne, ne! Oh, die Deko ist doch gut! Wo ist der Lachs? Lachs kommt! Hier! Das kann ja nicht wahr sein! Falsch! Falsch! Bin ich Deko! Leute! Ich hab gerade genau in dem Moment, wo ich auf Warte dann habe ich Marvin Headshot gegeben! Was? Echt? Ja! Oh! Ich muss ablauen! Oh mein Gott! Geh doch hoch! Ah! Deko? Okay, das dürfte Marvin sein! Loll! Loll! Du bist einfach gestorben! Ich bin einfach gestorben! Er hat nicht mehr getroffen! Er fällt einfach um! Okay! Hallo! Anderes fällt! Anderes fällt! Ja! Nein! Nicht hier stehen bleiben! Hä? Ich hab genau auf deinen Kopf geschossen! Nein, das ist nicht! Wo ist er? Hey! Oh ja! Hey! Ich hab 100% der erste Schuss! Da hab ich genau deinen Kopf getroffen! Nein! Okay! Wir gehen hier oben drauf! Es donnert und fällt! Alter! Diese scheiß Felddinger! Wo man entgegenläuft und der zurück taumelt! Ja! Ach! Dann bist du hier ganz in der Nähe! Oh! Ja! Weil es hier nur ein Teil mit Felddinger gibt! Ja! Loll! Auf der Straße! Oh! Ja! Also! Der war echt geil geschossen! Also das muss man mir mal anerkennen! Ich hab gleich schon wieder verloren! Hä? 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 Was blinkt da bei mir? Aua! Nein! Sag nicht Aua, wenn ich ihn nicht treffe! Doch! Ich hab halbes Leben nur noch! Wo ist er? Wo? Hilfe! Hey! Mascher! Lukas! Deko ist ausgeschieden! Aaaaa! Ah! Ja! Ja! Renn Mann! Renn! Oh! Dass ich die Munition auch nicht aufrede, ist echt kackel! Oh! Zum Glück warst du direkt bei mir! Oh! 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 Deko! Oh! Nein! Ich rede gleich in die Arme! Ich spiel nicht mehr mit! Wie schnell ist er! Was! Wie schnell bitte! Alter, man ist wirklich schneller als Verfluchter. Oh, hallo? Ja, ich glaub schon. Oh mein Gott, bewegt dich! Ja, ja. BAM! Ich lau auch nicht zu, nein! BAM! Dankeschön, wir sind in die Arme laufen. Ja, kein Ding. Wuhu! Oh oh. Bin ich hier richtig? Hallo? Hallo? Wo ist er? Ja? Ja, ich hab's gleich. Kann's knicken. Ja! Alter Belly! Ich finde, das hat was. Hat mir echt Spaß gemacht, Mutachos eine verspätete Halloween-Challenge. Wenn es genauso gehen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Und schaut natürlich auch neben Ingo vorbei. Bis dahin, reingehauen! Daumen hoch. Bitte, da rein sagen.